Herzlich Willkommen zurück zu Overwatch mit dem Oro bei So, haben wir das ja auch wieder abgehakt Weiß doch jeder, haben doch das Video geklickt Brauchen wir gar nicht mehr sagen was das hier ist Das ist lächerlich, ich mach jetzt eine Revolution auf Youtube Was ist das? Möchtet ich aber auch gleich Play of the Game von Rotog sehen Von Rotog? Ja ja Wieso lese ich alles automatisch Russisch, wenn die sowas schreiben Scheiße Das sind Russen Waruski Aha Rotog ist links Hier sind alle hinter der Tür Äh, 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 hier Äh, wie heißt der noch hier, der Torbjörn Torbjörn hat seinen Turm links Ja genau, das soll ich sagen Dahinter steht ein Sucher Ne, der, der Torbjörn ist weg Pusha Ein bisschen halt mal durchkommen, wenn wir durchkommen würden, wär Junkfeld richtig geil Hast du Junkfeld? Ja Oh, let's break it, damn! Es ist halt echt jedes Mal dasselbe auf deinem Map, ne? Erst kommst du ne Viertelstunde nicht durch und dann geht's ganz schnell Oh fuck, wieso kommt Rotog denn jeden? Deren, ah Deren Junkfeld wird dir zurückgeblieben Oh fuck Oh, fasst der Rotog noch an meiner Miene Also down, also Also down, also äh, also äh, also äh Oh, die Zaya, die nervt Die Zaya, die hat auch 100% bestimmt auf jeden Fall Davon kannst du ausgehen, soviel wie ich darauf geschossen hab Junkfeld ist useless in Afe Ich lenk grad sechs Gegner ab, keine Ahnung was die haben, also Du bist useless Ja, ich hab drei Gegner abgelenkt, ich weiß ja nicht warum die nicht durchlaufen Weißt du, wenn unsere Mitspieler schon sagen, dass du useless bist Ja, ich bin nicht useless Dann stimmt das auch Ich hab Silbermedaille mit einer Eliminierung, ich weiß ja nicht welche useless sind Alle wahrscheinlich Ich Wenn wir den Helden nicht brauchten Wenn wir den Helden nicht brauchten Wenn ich halt noch einen öffnen suchen Ne Farah wär super Oh, you hear that? Kannst du nicht ne Farah nehmen? Junkfeld ist useless So Drei Eliminierungen rein jetzt, komm Na dann Go Go Gadget Was? Junkfeld ist useless? Was ist Junkfeld useless, hä? Boah, das Ding hab ich gefressen, hä? Junkfeld ist einfach so useless Junkfeld ist einfach so useless Äh, und der Gegner Junkfeld hier auch Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck Oh fuck, oh nice, der ist runtergefallen Oh 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 Und Lucio, du hast mich gerettet Ich hab mich gerettet oder was? Ja, deine Soundbarriere hat mich noch erwischt, der kommt mich nicht machen Pusha Yes, sagt er Ich bin auf Fire und du auch und er nicht Ich bin auf Fire, du auch und er nicht Ist doch halt immer so Ja Wer ist er denn? Von unseren, mit Spielern B-Break Ist das unser Roadhog? Das ist der Roadhog Er hat halt auch am meisten geregelter Roadhog Ja, natürlich Deswegen hab ich hier auch 6 Goldmedaillen, bin auf Fire und hab den meisten verursachte Schaden Ah, das stimmt Das Spiel lügt doch Er hat doch echt Ja, ich muss lügen, das Spiel Er weiß doch, wie das Spiel beginnt Ja, ja Im Ernst jetzt hier Der Roadhog von den Gegnern ist ja richtig schlecht Fuck Sie wissen sie, wo ich Wo das herkam Okay, nice Oh fuck Ich hab ein Problem, Leute Hier sind zwei Tanks, die wollen mich essen Oh Gott Ach, das sind Möttertürme Es wär so schön, wenn ich am Ende noch Play of the Game krieg Für den Dreierkill Das wär so schön Es wär so befriedigend einfach gegenüber diesem Typen Schreib dann nochmal YouTube Äh, Ulti von ne Nein, ist ja egal, ich war eh Da sei er Wollst du deine Tür mit neu aufstellen? Ach, da ist ein Turm Nice Game Freak hat den Soldier runtergeschubst zu euch, damit er auch mehr Schaden macht I've got you Weebuck Statt zu schreiben, kannst du halt auch laufen, Alter Mein Gott, ey Er hat seine Ulti Ich weiß ja nicht, was er mit seiner Ulti jetzt mit einer Gruppe machen will Und soll er halt auch auf deinen Ultimate noch warten Ach du groß, oh Gott Yeah, time to heal up Yeah, time to heal up Ladies and gentlemen, start your engines Das ist grad nicht passiert Er hat sich echt noch gekriegt Es ist grad, ja, mit seinem Kamikaze Scheiß Ich bin reingelauscht Okay, Zaya ist weg Soldier auch The point is mine And you can't cover Kinder, wir machen das zusammen Nice, 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 nice Der Roadhog muss doch weg Äh, Junker meine ich Oh nein Ja, der hat mich nicht erwischt Oh, das war eng Ah, ich hab meine Rüte schon wieder Das ist doch ein feindlicher Reifen Also ich hab vier Goldmedaillen Ich weiß ja nicht, was Vibrak so macht, ne? Vibrak ist ja der Pro-Player, ey Vibrak hat jetzt auch auf Pharah gewechselt Ja, da geh ich jetzt bestimmt nicht lang Ja, ich war auch grad so Ne, ne, ne Ich glaub, wir haben vieles, ne? Aber daran glaub ich halt nicht Wenn du nach links, dann zum Mittler Schade, ich hab aber die Retürme mal weggemacht, da Oh, this is my jam Boah, dass Soldier auch so grade schießen kann, ne? Nein, 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 nein Guck mal, Tori, Hanso Oh Gott, was ist denn hinter mir? Das gibt es nicht, das sei ja Roadhog gerettet Hm! Hm! Ja! Ja! Hm! Hm! Feuer in the hole! Ah, ich bin runtergefallen, ich trottel, ich bin rückwärts gelaufen. Du Trottel. Da war keine Meinung, ich dachte ja, da ist ja eh ein Rand so, so ein Zaun. Und dann war da halt ein Snare. Reinhard, das hat aber jeder gesehen. Außer dir halt. Ach, Vibrach. Also Junkrat ist quasi eigentlich useless. Immer. Also der Held kann eigentlich... Wieso falle ich die mal runter, man? Ja, gut. Ich möchte ja Vibrach eigentlich keinen Grund geben, aber das ist wirklich wirklich schlecht. Ich komme halt hierhin und Rotor kommt halt instant auch hierhin. Das funktioniert so. Okay, da kann ich nicht lang gehen. Die gucken immer, wenn ich da langkomme. Passend. Noch 20 Sekunden. Ja, wenn einer auf den Punkt geht zur Verlängerung, kann ich meine Ulti vielleicht nochmal reinwerfen. Wie sicher bist du dir da? Ich habe meine Ulti, also... Müsst du nur hinkommen. Ich komme hin. Nein! Ich stehe drauf. Hex? Ja, du stehst recht drauf. Ja, Mann. Schade. Ich dachte schon. Junk Red ist useless. Junk Red ist useless. Ja. Fire at will! Ah! Hat er... Hat er auch Glück gehabt. Aha. Mhm. Nee, Junk Red fand ich war useless in der Runde. Ja, war useless. Also... Fand ich war nicht so gut. Ah, er ist gegangen. Endlich. Danach wird er noch ein Match und wird wieder zugelost hier. Kann ich auch auf jeden Fall mal blocken den Typen. Geht ja nicht mehr. Doch. Klar. Wirdste Spieler. Ja. Und dann meiden, oder was? Nee, blockieren direkt. Meiden geht ja nicht mehr. Jetzt blockieren wir halt nur noch die Leute, die wir nicht mehr... Ja, ist so! Wenn Blizzard das so will... Blockiert jeden, der mir verbal auf den Sack geht. Also meiner Meinung nach, weil Junk Red gar nicht mal so useless, also... Der hat den ersten Punkt halt gewonnen, ne? Den ersten Punkt und, äh... Wir hatten den Punkt ja einmal richtig krass eingenommen noch. Ilios Goro. Bin grad so ein bisschen in Pharah-Modus. Ja, Pharah ist ja auch ganz cool. Pharah kannst du richtig krass spielen. Also es gibt so Pro-Videos, Alter, die benutzen hier Eids, um sie wegzuboosten und all so'n Scheiß. Das ist richtig übel. Also quasi so wie ich. Ja, natürlich! Was haben wir heute eigentlich mit den zwei Tanks... Drei Tanks? Jo! New Meta. Okay, jetzt haben wir einen Junk Red. Junk Red ist useless. Wollt ich mal sagen. Boah! Ha! 5, 4, 3, 2, 1... Aua... Genau, Mercy, genau. Schaffst du das, Junkred? Wie du verkackst das? Boah, weh. Junkred, wie du verkackst das? Warum machst du das nicht? Spring doch da rüber. Ertraut sich nicht, die Feigesau. Oh, Zaya wird runtergeschubst. Nice one. Saya, du Feige, Sau. Junk-Vet, mach was! Der Hanson muss auf den Punkt. Warum geht unser Hanson nicht auf den Punkt? Warum geht unser Junk-Vet nicht auf den Punkt? Der steht hier oben und schießt da Bomben rein. Und trifft nix. Ach komm, ich booste den anderen. Hier, ich booste dich, warte. Siehst du, direkt einen Kill bekommen hier. Oh Gott. Das war Pro-Play. Hm. Oh Gott, hast du die anderen vermischt? Ja. Knallhart, ey. Mal nicht schießen. Jetzt schießen. Auf den Hanson da, rechts. Bis kurz Road for Kai. So. Nein, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Nein, 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 nein. Ich sterbe. Ich steh mich noch nicht tot. Was? Ich lebe noch? Oh mein Gott. Ich hatte noch 10 HP. Sehr überraschend. Diese Wendung, die ich gerade genommen habe. Roadtok. Roadtok, sein Körper hat mich geschützt, Alter. Ich stand hinter Roadtok und er hat mich geschützt. Oh. Pass auf. Oh Gott. Die andere Fall war so. Sie ist runtergefallen. Nee, hab ich getötet. Aber sie hat so geschrien, als wäre sie runtergefallen. Abkühlung. Abkühlung. Oh nein. Oh, ich konnte weg. Okay. Hanso. Hast du ihn geschubst? Nee, noch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Hab ich gehört. Und gespürt. Hanso, das war schlecht. Oh, die kritische Zeichen blättern sich da hinten. Oh, oh oh. Ich bin down. Warte, werde ich schnell genug? Ja, das geht. Oh, ein Roadtok ist runtergefallen. Ach scheiße, gerade in dem Moment, wo du respawnst, Alter. Oh nein, der Drache. Och, komm schon Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott So ist denn jetzt schon wieder keiner von uns Da war nur ein Lucio auf der Dings und trotzdem wurde ich gestorben Das wird nix Saya geht alleine rein, das wird nix Ja, hinter mir, Saya, toll Da waren fünf Leute hinter mir, Saya, du musst die auch killen Und nicht weglaufen Oh, Hansi tanzt um den Hansi, ja, ist jetzt Hansi, nicht Hanzo Hansi Der Hansi tanzt Hansi, wie komm ich denn jetzt auf Hansi? Ich hab Mercy und Hanzo gemischt Der Hansi Game Freak Glocken, Alter Die Ruinen Der Hansi tanzt um den Hansi Der Hansi tanzt um den Hansi Oh, ich booste dich jetzt, du machst keine Kills Ich halte meine Space-Taste gedrückt Du hast noch nix getroffen, ich hör das, Goro Aber sieh dich Du hast immer noch nix getroffen, was ist los? Jetzt treffe ich was Ja, jetzt hast du was getroffen Und wieder Du musst aber wieder hoch, wenn's geht Hast du den Affen gekickt? Nee, den Hammer Ah, da ist das Saya Der Affe hat mich gemacht Jetzt hab ich den Affen Äh, die Saya meine ich Hansi, du musst auch den Pfeil loslassen, wenn du zielst Was? Ja, der stand da jetzt irgendwie 30 Sekunden gefühlt Ja Vor allem, wenn's dir Sonarfeil ist Der Sonarfeil? So, so Komm, Hansi, ich hab sie angeschossen Mach den Kill Oh, wieso liegt denn hier eine feindliche Junkrit-Falle? Gamefreak, hau ab Gamefreak, das hast du dir so gedacht, Alter Mercy hat Lucio gemacht, Alter Warum? Weil keiner da ist? Oh, weiß ich nicht, hier war irgendwo ein Affe Unter diesen Affe Oh, das hat mich denn gemacht Der, ach, der Junkrit-Falle, wie das denn? Ist klar, er schießt mit Granaten in der Luft und trifft mich Ah, genau da, wo wir den Punkt eingehen Wow Nice Eigentlich ist eine geboostete Zaya mit geboosteten Damage ja sowieso mega krass, eigentlich, oder? Mega krass OP Oh, Affe, 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 der macht mich Alles macht mich, weil sie ihre Ulti hat Warum denn Nifli? Machst du doch viel krass? Nee, die gehen immer auf mich instant, wenn ich auch, sobald ich nirgends vom Punkt bin Ich bin instant tot, ich kann nix machen Ja, aber wenn ich, wenn wir über den Punkt fliegen Jo, da, schon wieder Instant Healer, die gehen sofort auf den Healer Ist egal, wen ich nehm Der Lucio ist on fire Oh, da ist wieder Belen, ist wertvoller Vincent kommt von hinten Ist er noch da? Ja, ja Wo bist du denn? Äh, vor dem Punkt Ah, da Ach, Healing, so Ladi, geh wieder auf mich Ich weiß, jetzt bin ich einfach raufgesprungen, weil Overtime Aber ich denke nicht, dass wir das kriegen können Nee, aber bevor sie halt dich fokussen, greifen sie direkt mich an Also, die machen das schon richtig Ja, das ist GG Ach ja, Capture Maps Der Gorobai Hab ich in letzter Zeit, hab ich viele Play of the Games Aber war das nicht mal cool Was hast du denn da gemacht? Hä? Runtergesch- Mit der Ulti nix erwischt, aber vorher Aber Leute, es war trotzdem witzig Vielen Dank fürs Zusehen Schaut bei mir jetzt mal wieder rein Bis dahin, haut rein Tschö Tschö